Mein Gott! Ich komm ja vor dir weg. Achso. Du guckst in der Elfer nach hinten. Was spielt der, Luki? Neee. Das ist der Marco. Meine Güte. Ich hab rechster keine Glocke angemacht, wie ich ihn gehofft hab. Aber ich hab den falschen gefunden. Wie ist da keiner angemacht? Mit der Hoffnung, wie vielleicht find ich einen vorher. Habt ja nicht wisst, was ich... Wie schnell der auch ist. Er ist halt der Sprint los. Hab ich aber alle nur 50 Sekunden. Genau deswegen hab ich den Lukas nicht verfolgt. Weil der einfach schneller ist. Aber wie der Wind. Der Marco ist so im Kopf. Was ist das einfach? Oh scheiße. Nein, Klumpi, lass mich in Ruhe. Klack. Du elenden. Auf dich irgendwie zu machen. Ich seh den, der ist... Der, der kommt von hinten. Ein Bett im Kornfeld. Oh nein, diesmal nicht. Nein, der Jude. Der Blick. Hä? Ey, hör auf. Ich hatte nen Leck. Nein. Wollt wir kriechen? Dave, ich hab ein schönes Plätzchen für dich. Alter, du bist so ein Wichser, ne? Ja, ich hab keinen Heap gemacht. Der hat einfach den Hack kaputt gemacht, der Penner. Ja, toll. Ich bin im Kornfeld. Dave, du bist doch gerne im Kornfeld. Ey, Dave, kannst du dich noch an die Gründe erinnern, wo du mich weggecampt hast? Kannst du dich da nur dran erinnern? Du kannst mich mal, du Arschloch. Mach die Generator! Ich spiel doch nicht! Mach den Generator an, der bleibt hier stehen! Ist der noch bei dir? Ja, der ist noch bei mir. Mach die Generator an. Jetzt rette ihn, ich warte drauf nicht. Warum? Ich rette ihn noch nicht. Nein, mach die Generator an. Doch, rettet ihn. Ich mach nen Generator, rettet ihn. Ja, der schlägt mich die ganze Zeit. Mach die Generator an. Ah, der ist so dreckiger Jude. Boah, ich werd dich gleich so abfarmen, ne? Hast du das? Ich werd dich gleich so abfahren, ne? Fuck! Ich werd dich so abfahren. Ja, nein, werd ich dich abfahren. Wo ist dein kleiner Freund? Wo ist dein kleiner Freund? Die machen die Generatoren, das ist doch richtig so. Ja? Da ist ganz klar der Dustin, wenn wir den mal kaputt machen. Nein, da sind die immer noch Generatoren, aber ist mir egal. Safe. Rache ist süß. Ist mir egal. Ein Todesieb... Nein, da machst du nicht. Aber wo willst du mich aufhängen? Ach weißt du, ich lass dich einfach hier liegen so lange. Alles gut. Ich war jetzt mit dem Haken noch nicht. Ich krieche dahin, wo ich den Haken zurückgemacht hab. Alles gut. So Leute, nach der Hunde... Nach der Hunde... Nach der Hunde muss ich mal eine Rauch drücken, ja? Also damit... 3 Minuten AFK. Ja, ja. Bisher kanns gar nicht laufen, Alter. Mach die Generatoren. Luki, das war nicht in Ordnung. Du willst die Generatoren machen. Ah, irgendwann... Ich weiß ja nicht, ob der sich jetzt komplett unsichtbar gemacht hätte. Ja. Ich wollte den Dave eigentlich nur ne Melodie spielen. Der wollte mich nur killen. Aber ich werde den jetzt die ganze Zeit abfahren. Den kannst du nicht benutzen. Ich kann den nicht benutzen? Nein, den kannst du nicht benutzen. Aber was ist das denn für ne Verarsche wieder? Er braucht gar nicht hinterherlaufen. Dong, 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 dong. Lass ihn noch, Max. Komm zur Kirche. Dong, 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 dong. Ich werde im Kornheim. Und der Marco sucht. Und der Marco... Findet nichts. Auch hier ein Bett im Kornheim. Und der Marco sucht... Ach du Scheiße. Kling, kling. Das war doch gut, ey. Ein Bett im Kornfeld. Und der Marco sucht. Ein Bett im Kornfeld. Und der Marco sucht. Ein Bett im Kornfeld. Ich bin tot. Da 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 da. Ah! Nein, ich wollte so ganz sticky da hinten raus. Typisch. Ein Bett. Geht's Kornfeld. Geht's Kornfeld. Da hat der Marco vom Problem. Ja, du musst... Nein, jetzt Kornfeld. Nicht, nicht, nein. Das andere Kornfeld. Jetzt ist es dein Kornfeld, ey. Was willst du denn? Du musst hier jetzt mit dem Kornfeld drüber rein. Dann kriegt der voll die Paranoia. Nein! Ah! Hier! Jetzt probieren so zu wackeln. Wickel dich! Nein! Ah! Ah! Wo ist der jetzt? Ich sehe nicht mehr. Wo ist der? Wo ist der? Der ist noch bei dir. Ja, der ist noch bei dir. Ja, der ist noch bei dir. Schuss! Schuss! Nein! Ah! Ja, ist egal. Der letzte Generator ist da ja. Ja, ja. Aber ich stehe trotzdem auch. Pass auf, der steht ganz hinten. Der steht bei mir noch. Der versteckt sich in diesem komischen Verwinkel. Flach! Kleine Eier machen. Kleine Eier. Thomas, ich glaube an dich. Bei mir wird's regnen, Leute. Der ist genau vor mir. Die volle Kante verarscht, ey. Die volle Kante verarscht, ey. Der weiß alle. Der ist gleich zu Ende. Der ist gleich zu Ende. Die muss noch Kohlen. 5. 3. Oh! Pass auf! Ich werde diesen Platz reingeschlappen. Okay. Schwere ja nichts sagen. Aber ihr bist zu groß? Ja. Ich werde einfach rausgehen müssen. Luki, du hättest einfach rausgehen, was ist? Ich glaube schon Was ist denn das denn kommen? Hau ab Wo gehen wir denn hin, Luki? Hm? Warte Ich weiß, dass du die Luki gesehen hast, aber ich lass dich da nicht hin Ich hab die Luki zum Beispiel mal gar nicht gesehen Nein, Luki hat's ja gesehen, ich auch Wo denn? Bring mich mal da in die Nähe, ich guck dem gerade zu hier, deswegen Ja, warte, ich hänge ihn erst auf Ja, dann ist Ende, ne? Ja, da wo er lange kriegt, ist direkt daneben, war sie Okay Hast du aber schnell gefunden, okay? Krass, ey, der Ultra Gibb ist entkommen, der Gibb ist nicht Ich hab die ganze Zeit ein Generator gemacht Ne, die ersten paar Minuten war ich im Sprinten abgegessen Ja, das denn, ich hab dich auch nicht gesehen, das war dein Glück Hm